Ihr liegt gemütlich am Pool oder Strand und hättet Lust und Zeit für ein Würfelspiel? Habt aber keine Würfel dabei? Dann ist dieses Video genau für euch. Würfel trägt man ja wirklich nicht immer mit sich rum und im Urlaub merkt man, dass man sie zu Hause gelassen hat. Dabei hätte man endlich mal Zeit und Lust für ein Würfelspiel. Wir zeigen euch, wie ihr einen Bleistift in 30 Sekunden in einen Würfel umfunktionieren könnt. Ihr braucht einen sechseckigen Bleistift oder Buntstift und einen Edding. Zur Not geht auch der Kugelschreiber. Am Ende des Bleistifts werden nun die Punkte aufgemalt. Also auf der ersten Seite einen, auf der nächsten zwei, dann drei und so weiter, bis ihr einmal rum seid. Zum Würfeln rollt ihr einfach den Stift. Und wenn dieser liegen bleibt, könnt ihr oben die gerollte Punktezahl ablesen. Easy, oder? Wir wünschen euch viel Spaß beim Würfeln oder eben Rollen. Und hier oben unter dem i findet ihr fünf weitere tolle Lifehacks für den Strandurlaub. Danke für euer Abo und bis zum nächsten Mal.